Ich möchte euch meine Erfahrungen mit meinem 400.000 Schweizer Franken Aktienportfolio, welches ich bei der Swissquote Bank habe, mit euch heute teilen. Hallo meine Lieben, ich bin Sauer Thomas aka Sparkoyote und ich habe mein Hauptaktiendepot bei der Schweizer Bank, dem Online Broker Swissquote und ich möchte euch heute meine Erfahrungen über die letzten Jahre, die ich mit dieser Bank gemacht habe, mit euch teilen und weshalb ich immer noch mit meinem relativ großen Portfolio mittlerweile dort bin, was für Vorteile ich habe und weshalb ich mittlerweile eigentlich wirklich sehr zufrieden mit dem ganzen Gesamtpaket bin. Bevor wir aber loslegen, möchte ich sehr transparent mit euch sein. Seit einigen Jahren bin ich schon mit der Swissquote in Kooperation, was bedeutet, dass ihr übrigens mit dem Gutscheincode mkt-sparkoyote euch 100 Franken Trading Credit sichern könnt, wenn ihr ein Depot eröffnet und natürlich diesen Kanal hier mit unterstützt. Aber legen wir direkt los und geht ins Eingemachte. Ich möchte euch einfach zeigen, wie ich Swissquote nutze, um Aktien zu kaufen. Ich zeige euch das Dashboard, wie er da zurechtkommt. Ich zeige euch, wie ihr ETFs aber auch, und das ist das Besondere auch bei Swissquote, Kryptos wie Bitcoin, Ethereum und Co. handeln könnt. Außerdem, wie ihr die Möglichkeit hättet, Fremdkapital, einen Lombard-Kredit aufzunehmen, wenn ihr das denn möchtet. Dazu aber auch noch einige Infos mehr, wie man Namensaktien eintragen kann, warum das auch so wichtig ist für Aktionärsgeschenke, wie die Swatch-Aktionärsuhr oder auch zum Beispiel den Kalida-Pyjama, den ich gerade anhabe, oder auch entsprechend wichtige Dinge, wie die Gebühren, Depotführung, Ordergebühren von Swissquote auf Einzelaktien, ETFs und Co. Dann aber auch, wie man Steuerdokumente erstellen kann und dann auch noch am Schluss der spaßige Part, die Swissquote-Launch, sowie auch einige Worte zum offiziellen Swissquote-Magazin, was regelmäßig rauskommt. Darum bleibt auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los mit dem Swissquote E-Trading-Dashboard. Und zwar haben wir hier das Swissquote-Dashboard und das ist das, wenn ihr einloggt, das seht ihr in der Regel zuerst. Hier seht ihr mehr oder weniger all eure Vermögenswerte und könnt von hier aus in die verschiedenen Bereiche von Swissquote reingehen. Wir werden uns heute hauptsächlich auf das E-Trading-Dashboard fokussieren, aber um das einfach mal zu erklären, wir hätten hier alle diverse Tabs wie Transaktionen. Da seht ihr vergangene Transaktionen, Aufträge, die gerade aktuell sind, Corporate Actions, sprich, wenn ihr zum Beispiel auch Wahldividende erhaltet, sowie auch verschiedene andere Dinge wie Aktiensplits und Co. wo ihr informiert werdet, aber auch viele andere Dinge. Am aller, aller wichtigsten für uns ist hier dieses E-Trading. Hier kann man einfach draufklicken und das machen wir auch gleich. Dann kommen wir nämlich ins E-Trading. Und das E-Trading ist für uns insofern das Wichtigste, da wir hier tatsächlich einfach die ganzen Orders entsprechend machen können. Und da kommen wir auch direkt gleich los. Ich werde euch mal kurz die Tabs erklären. Wir haben Konto, das ist da, wo wir uns gerade befinden. Hier sehen wir die gesamten verfügbaren Beträge. Wir sehen die Performance. Wir sehen aber auch den gesamten Totalwert des Investmentportfolios, ETFs, Aktien, Krypto. Alles zusammengerechnet. Dann können wir hier die Performance anklicken. Wir können Totalwert und so weiter. Wir können uns hier durchklicken. Das heißt, auf verfügbaren Betrag sehen wir unsere Guthaben oder Gutschriften oder auch unsere Kredite, die wir offen haben. Also wenn wir einen Fremdkapitalhebel nutzen. Wir sehen die Performance tatsächlich. Wir sehen aber auch den Totalwert des Gesamtportfolios. Wir sehen auch mögliche Erhöhungen ihres verfügbaren Betrags. Das bedeutet, dass eben so ein Lombardkredit, den wir aufnehmen könnten direkt. Und hier müssen wir einfach wissen, dass solche Lombardkredite natürlich auch so funktionieren, dass wir unsere Aktienportfolios, also unsere Aktien und ETFs beleihen. Was wiederum bedeutet, ich könnte jetzt nochmal zusätzlich einen Kredit in Höhe von fast 300.000 Franken aufnehmen, weil ich halt entsprechend schon ein großes Portfolio habe. Die Gefahr hier ist natürlich, dass wenn man sich hier verkalkuliert, relativ schnell ein sogenannter Margin Call kommen kann und man dadurch Geld nachzahlen muss. Und wenn man das nicht kann, wird das Portfolio liquidiert. Ich persönlich empfehle es nicht, Fremdkapital in dieser Form an der Börse zu verwenden. Insbesondere in der aktuellen Phase, wo wirklich sehr, sehr schwierig abzuschätzen ist, was alles passiert. Es ist sehr volatil, sehr hohes Risiko. Aber für die, die es interessiert, Zinsen fangen ab 3% an, insbesondere auf Euro und Franken haben einfach 3% Zinsen pro Jahr, die wir auf diesen Lombardkredit zahlen. Ihr könnt euch da selber nochmal informieren, aber das ist schon sehr risikoreich. In der Asset Allocation sehen wir, wie viel Geld in Cash, Aktien, ETFs und Kryptowährungen auf Swissquote drauf sind. Dann sehen wir hier die Flat Free Trades, die man allenfalls hat oder eben auch kaufen kann. Dann auch noch die aufgelaufenen Zinsen, wenn man zum Beispiel entsprechend in einem der Währungskonten im Minus gewesen ist für einen bestimmten Zeitraum. Und das ist dann halt hier dieses E-Trading Dashboard. Was viel interessanter ist, ist natürlich hier die ganzen Tabs, die wir hier haben. Wir können die Transaktionen uns genauer anschauen. Das heißt, wir sehen auch hier zum Beispiel den Amazon Aktien Split, der passiert ist. Da wurde eine Aktie ausgebucht und 20 Aktien reingebucht. Wir sehen die ganzen Dividenden oder Vergütungen, wenn wir Geld drauf einzahlen. Wir sehen auch den Auftragsverlauf, wenn gerade aktuelle Aufträge offen wären, was im Moment gerade keine da sind. Wir sehen die Dokumente, die ganzen PDFs für Steuern, aber auch Dividenden und Co. Wir sehen aber auch die Corporate Actions, wenn wir welche hätten. und können wieder zurück auf die Übersicht gehen, weil hier ist nämlich das Spannende. Wir sehen die einzelnen Währungen, die wir haben. Also in meinem Fall habe ich jetzt ein Franken, Euro, US-Dollar und Pfundkonto. Man kann allerdings auch andere Konten haben. Man kann bis zu zwölf Währungskonten haben, wenn ich es im richtigen Kopf habe. Also auch Yen und andere Währungen wären möglich. Und weiter unten sehen wir dann tatsächlich unsere Position, die wir im Portfolio haben. Über Einzelaktien hinweg bis hin natürlich zu den einzelnen ETFs oder Kryptowährungen, die wir drin haben können. Schön aufgeteilt, schön aufgelistet. Und könnten allenfalls, wenn wir wollten, direkt auch schon verkaufen oder auch nachkaufen aus dieser Ansicht aus. Aber wir gehen jetzt zuerst mal noch zum Arbeitsbereich. Wenn wir in den Arbeitsbereich reingehen, das ist ebenfalls noch im E-Trading. Da sehen wir dann tatsächlich ebenfalls nochmal eine ähnliche Übersicht. Hier nachher dann relevant. Das zeige ich euch später. Müssen wir oder können wir dann auch unsere eingetragenen, also respektive unsere Aktien auch ins Aktienregister eintragen. Das zeige ich euch aber später. Dann haben wir auch noch den Scanner. Das ist vergleichbar mit so einem relativ, ja, einem Aktien-Screener so ein bisschen. Man kann hier verschiedene Sektoren aussuchen, man kann Märkte aussuchen, die Schweiz, also diverse Sektoren, Branchen, Länder. Man kann auch nach Marktkapitalisierung sortieren und da mehr oder weniger tatsächlich sich auch ein bisschen inspirieren lassen von verschiedenen Aktien. Das heißt, hier kann man seine Fantasie freien Lauf lassen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich möchte jetzt hier am Schweizer Markt an der Six etwas kaufen. Ich möchte aus dem Sektor Finanzen etwas sehen. Die Branche lasse ich mal leer. Ich will nur Schweizer Unternehmen tatsächlich sehen, weil es sind nicht nur Schweizer Unternehmen an der Schweizer Börse gelistet. Und dann sehen wir hier schon direkt, ja, wir haben hier Credit Suisse, die UBS, Swiss Re, Julius Baer, Zurich Insurance und könnten diese dann auch nachher gleich traden, wenn wir das wollen würden. Aber gehen wir mal zurück wieder aufs Hauptkonto und in dieser Suche möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, jetzt kommen wir zu den Käufen und Verkäufen, einfach wie einfach es ist Aktien zu kaufen. Suchen wir jetzt einfach mal als Beispiel die Swiss Re Aktie und hier bekomme ich immer wieder die Frage, wow, jetzt erscheinen richtig viele Aktien. Welches ist die richtige Aktie und letzten Endes ist natürlich so, dass alles die richtigen Aktien sind. Nur sind sie an verschiedenen Börsen, das seht ihr hinten gehandelt in anderen Währungen oder auch einfach an anderen Börsen. Also zum Beispiel in Frankfurt, in Stuttgart, in Düsseldorf, in München und Co. Wir wollen, da Swiss Re ein Schweizer Unternehmen ist, das natürlich in Franken handeln, sowie auch an der Heimatbörse von Swiss Re, also die SIX, die Schweizer Börse. Das können wir einfach machen, indem wir hier dann auf Trade drücken. Das funktioniert relativ einfach und dann erscheint hier mehr oder weniger schon relativ simpel ein Fenster. Und hier können wir dann entscheiden, wie viele Aktien wir kaufen oder verkaufen wollen. Das geht also beides, relativ simpel. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel, ich möchte 50 Aktien kaufen. Ich wähle hier Limit, Market, Stop, Stop, Limit, Trading, Stop, Trading, Stop, Limit, OCO. Hier können wir dann eben diese Ordertypen auswählen. Denn ich persönlich verwende immer eine Limit Order. Das bedeutet nichts anderes als diesen Betrag, den ich hier eingebe, zum Beispiel 78,80 Franken. Mehr als diesen Betrag werde ich nicht bezahlen, wenn die Order ausgeführt wird. Weniger geht immer, aber mehr nicht. Und ich empfehle einfach diese Art von Order, da halt dann nichts passieren kann, was man nicht erwartet. Weil man wird nicht 78,90 Franken zahlen können, wenn die Limit Order entsprechend bei 78,80 ist. Dann können wir das Good Till Date wählen. Das bedeutet, die Order ist bis dann gültig. Ich will das eigentlich nur heute machen. Das bedeutet bis zum 8. Juni. Und dann kann ich diesen Betrag oder respektive diese Order bereits erstellen. Und dann, wenn genug Aktien für diesen Limitpreis verfügbar sind, wird diese Order ausgeführt. Und hier sehen wir, die Order würde 3.975 Franken kosten und die Gebühren wären 35,30 Franken. Diese Gebühren sind wesentlich unter einem Prozent vom Orderbetrag. Und ich persönlich achte immer darauf, dass die Gebühren für eine Order nicht 1,5 Prozent überschreiten sollten. Das ist einfach eine Daumen-mal-P-Regel, die ich selber habe, damit die Gebühren im Rahmen bleiben. Hier, das wäre so kein Problem. Das wäre wesentlich unter einem Prozent. Darum wäre das vollkommen okay. Ich könnte natürlich auch einfach 50 Aktien verkaufen, wenn ich welche habe. Und ich hätte 50 Aktien zum Verkaufen. Hier funktioniert das genau dasselbe, selbe Prinzip. Nur bei der Limitorder verändert sich dann der Unterschied, dass die Aktie nicht für 78 Franken 80 oder niedriger verkauft wird, sondern für 78, 80 oder eben mehr verkauft wird. Also die Limitorder mehr oder weniger gewährleistet einfach, dass wir den Preis zahlen, den wir wollen oder den Preis bekommen, den wir wollen. Darum empfehle ich einfach grundsätzlich nur Limitorders zu verwenden, denn ich mache das auf jeden Fall so. Und hier könnte man eben wieder den Auftrag erstellen. Dann wird der Button rot, was das Verkaufen signalisiert. Und das funktioniert letztendlich relativ einfach. Jetzt denkt ihr euch, hey, jetzt will ich aber auch mal ETFs kaufen. Wie funktioniert das? Ziemlich genau gleich. Wir geben einfach den ETF, den wir haben wollen, hier rein. Das ist vielleicht jetzt bei mir hier der Vanguard Fuzzi All World Distributed ETF. Das ist nämlich der, den ich regelmäßig bespare. Und hier wäre das jetzt zum Beispiel der VWRL. Das ist nämlich der Kürzel. Wir könnten auch nach diesem Kürzel suchen und würden ebenfalls dann diesen ETF finden. Er wird an der Six gehandelt, also an der Schweizer Börse und in Schweizer Franken. Was wiederum bedeutet, wir traden jetzt hier. Und können jetzt hier wieder entweder verkaufen oder kaufen. Das ist dieselbe Maske. Ich möchte jetzt zum Beispiel meine 25 Anteile, die ich jeden Monat kaufe, kaufen. Dann möchte ich hier zum Beispiel nur 104 Franken eingeben. Weil ich denke, hey, das könnte jetzt noch heute etwas volatiler unterwegs sein. Zum Beispiel Good Till Date. Ich will das nur bis heute gültig haben. Dann sehen wir die Gebühren. 15 Franken 75. Und das ist auch wiederum wesentlich weniger als 1%. Das ist knapp irgendwie 0,5% von diesen 2600 Gesamtbetrag. Und könnte hier jetzt den Auftrag erstellen. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Und bestätigen das. Das heißt, wir sehen jetzt hier, wir haben die Orderbestätigung. Und diese Order wird tatsächlich erst ausgeführt heute, wenn der Vanguard Futsal World auf 1 Franken 4 oder niedriger fällt. Und wenn das nicht passiert, weil wir die Gültigkeit nur bis heute gesetzt haben, verfällt die Order wertlos und wir zahlen keine Gebühr, kein gar nichts. Und dann sollten wir hier tatsächlich im Auftragsverlauf die aktuelle Order offen sehen. Und sobald sie ausgeführt worden sind, wird sich hier der Status ändern. Und das kann passieren. Und wenn halt der Vanguard Futsal World nicht auf 1 Franken 0,4 oder 1 Franken 4 oder weniger fällt, dann wird die Order einfach wertlos verfallen tatsächlich. Das heißt auch hier, wir haben jetzt gerade angeguckt, super, wir konnten jetzt Aktien, ETFs kaufen. Super, ist jetzt noch die Frage, hey, Kryptowährung. Können wir Kryptowährung über eine Schweizer Bank kaufen? Ja, das geht auf jeden Fall. Wir müssen hier einfach in den richtigen Tab reingehen, also Kryptowährung, nach Bitcoin suchen und dann den richtigen Kürzel auswählen. Und das wäre jetzt hier Bitcoin in US-Dollar oder Bitcoin in Euro. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel Bitcoin in US-Dollar und dann sehen wir hier die verschiedenen Preise und können hier direkt traden. Und wir können zum Beispiel, wenn wir genug Geld hätten, ein Bitcoin für 30.000 US-Dollar kaufen oder sagen wir mal was realistischeres, 0,01 Bitcoin für die Limit Order, also direkt Market, das sollte direkt theoretisch ausgeführt werden, dann für 305 Euro. Und auch hier könnten wir sofort den Auftrag erstellen. Bei Kryptowährung zahlen wir einfach pauschal 1% Ausführungsgebühr bei Verkauf oder bei Kauf. Darum das einfach nochmal im Hinterkopf behalten. Und ich finde insgesamt, ihr seht, das ist super, super einfach, einfach super praktisch, dass man halt auch bei einer Schweizer Bank tatsächlich alles kaufen kann. Aktien, Krypto, ETFs und natürlich, wenn ihr dann noch weiter tiefer drauf eingeht, habt ihr alle anderen Möglichkeiten wie Optionen, Futures und noch viele weitere Dinge. Da will ich jetzt in diesem Video einfach noch nicht drauf eingehen, weil das einfach diesen Rahmen sprengen würde. So, jetzt kommen wir zum anderen Punkt. Wir waren ja vorhin bei den Arbeitsbereichen. Jetzt will ich euch zeigen, wie man Namensaktien ins Aktienregister eintragen kann und wie das so wichtig ist. Also im E-Trading wechseln wir zum Arbeitsbereich. Dann sehen wir mehr oder weniger nochmal eine Liste all unserer Investments. Und hier sehen wir jeweils ganz rechts bei den Schweizer Aktien immer eine Zahl. Das ist nämlich die Zahl an Aktien, die wir besitzen. Auf diese Zahl können wir klicken. Und dabei ist es tatsächlich relativ egal, auf welche wir klicken, weil wir kommen immer aufs selbe Fenster, um entsprechend Aktien oder Namensaktien ins Aktienregister einzutragen. Woran erkenne ich eine Namensaktie? Es steht immer hinter dem Namen, also zum Beispiel die Swatch Group N, das N steht für Namensaktie. Auch bei ABB N, Swiss Re N, Nestle N, Kalida N, das N steht für Namensaktie. Und so kann ich dann eben diese Namensaktien, indem ich zum Beispiel hier bei der ABB aufs Plus drücke, dann die Anzahl, die ich eintragen möchte, eintragen. Bumm, zack. Und jetzt kann ich diese 150 hier eintragen. Diese Bearbeitungsdauer ist ungefähr zwei bis drei Arbeitstage und dann sind diese Aktien eingetragen. Ich muss das bei jedem Nachkauf immer wieder machen. Ihr seht also, ich habe bei ABB insgesamt 350 Aktien und bereits schon 200 eingetragen. Ich habe aber beim letzten Nachkauf das bisher noch nicht gemacht und jetzt trage ich diese 150 weiterhin im Nachhinein ein. Warum das so wichtig ist, wenn ihr Stimmrechte ausüben wollt, das sind diese Formulare, die ihr jährlich bekommt oder zur Abstimmung gehen wollt oder zur Generalversammlung gehen wollt, ist das super wichtig, weil ansonsten, wenn ihr die Aktien nicht eingetragen habt, bekommt ihr eben nicht die entsprechende Anzahl an Stimmrechte, die ihr habt oder ihr bekommt gar keine Einladung. Und hier in diesem Fall habe ich zum Beispiel eine Swatch Group Aktie, damit ich jedes Jahr die Aktionärsuhr bekomme. Das geht mit Schweizer Anschrift. Oder zum Beispiel auch die Kalida Aktie, wo man 20 Stück besitzen muss, um jährlich einen Kalida Pyjama als Aktionärsgeschenk zu bekommen, als Naturaldividende. Und das geht tatsächlich auch, wenn man in Deutschland oder in Österreich oder eben in der Schweiz eine Anschrift hat, und auch da bekommt man dann tatsächlich eben jedes Jahr ein Pyjama nach Hause geschickt. Wichtig ist einfach, dass man diese Aktien ins Aktienregister einträgt, ansonsten funktioniert das leider nicht an dieser Stelle. Wir können das gerne hier nochmal machen mit zum Beispiel der SwissCode Aktie 39, tragen wir nochmal ein und ihr seht, hier schön klappt das und eben nach zwei, drei Tagen wandern diese dann hier rüber und dann haben wir dann 350 von 350 oder 40 von 40 Aktien ins Aktienregister eingetragen. So einfach funktioniert das, so chillig klappt das und so gewährleistet man, dass man Aktionärsgeschenke oder Naturaldividende bekommt. Das ist natürlich alles ein Service, der ist kostenlos, der ist inklusive und das ist auch ein guter Übergang. Wir sollten uns jetzt mal die Gebühren und auch Ordergebühren, Depotführungsgebühren und Co. von SwissCode anschauen und dafür habe ich jetzt hier schon meinen Blog ready. Übrigens, ihr könnt das alles, was ich hier gerade erzähle, auch nachlesen. Einfach sparkojote.ch slash SwissCode minus Erfahrungsbericht oder Link in der Videobeschreibung klicken und dort könnt ihr nochmal alles für euch in Ruhe selber nachlesen, wenn es hier zu schnell für euch gegangen ist. Und wir haben hier zum einen Kontoführungsgebühren, also auf die Cashbestände haben wir gar nicht. Allerdings haben wir die Depotführungsgebühren und die sind so geregelt, dass wir 0,025% pro Quartal an Depotführungsgebühren zahlen. Das sind mindestens 15 Franken pro Quartal oder maximal gedeckelt 50 Franken pro Quartal. Das bedeutet, wenn wir uns das anschauen, heißt das, dass wir jährlich maximal 200 Franken an Depotführungsgebühren zahlen können oder Minimum 60 Franken pro Jahr an Depotführungsgebühren zahlen können. Das heißt, das ist eigentlich relativ kostengünstig und zwar kann man sich das schön ausrechnen. Konkret zahlt man also bis und mit 60.000 Franken Depots. Also wenn das Depot 60.000 Franken erreicht, die Pauschale von 60 Franken im Jahr. Sollte das Depot über 200.000 Franken erreicht haben, in meinem Fall ist es bei fast 400.000, zahlt man weiterhin einfach die 200 Franken pro Jahr an Depotführungsgebühr. Und das ist halt eben diese Deckelung, von der ich gesprochen habe. Diese ganzen Zahlen sind einfach noch zuzüglich. Mehrwertsteuern muss man an dieser Stelle sagen. Das sind also hier in der Schweiz diese 7,7%. Aber das macht den Braten nicht feist. Das ist in meinen Augen absolut legitim. Und ganz ehrlich, diese 200 Franken verbrochenen, was im Jahr auf meine 400.000, zum Beispiel in meinem Aktienportfolio, stört überhaupt nicht für den Service, den ich bekomme. Ich kann da auch einfach den Support anrufen, Schweizerdeutsch reden. Das ist für mich auch immer wieder wichtig, dass ich da auch einfach in meiner Muttersprache im Prinzip, wenn es dann um viel Geld geht, auch einfach, ja, mich da auch am besten kommunizieren kann. Ich kann zwar super gut Hochdeutsch reden, aber wer mich persönlich schon mal gesprochen hat, mit mir auch geredet hat, der weiß, auf Schweizerdeutsch bin ich nochmal viel, viel besser unterwegs, weil das einfach meine Muttersprache ist. So. Dann, auch zu den Ordergebühren, müssen wir natürlich noch einige Worte sagen. Und hier ist es natürlich so, dass wir, und das ist halt das Spannendste, wir haben an, oder mit SwissCode die Möglichkeit, über diverse, ja, Börsen zu handeln. Sei das jetzt London, die New York Stock Exchange, ja, Kanada oder eben teilweise auch Hongkong oder auch die Xetra, Euronext, Mailand, Wien, Frankfurt, Stuttgart, die SIX natürlich, die, ähm, die BXWIS. Wir haben da so viele Möglichkeiten, über praktisch fast alle Börsen, die es da so gibt, zu handeln. Und das ist auch wieder ein großer, großer Vorteil für mich auch, weil mir geht es wirklich so einen Strich durch die Rechnung, wenn ich einen Broker oder eine Bank habe, wo ich nur irgendwie über ein, zwei Börsen handeln kann, weil ich möchte meistens oder fast immer die Aktien, die ich kaufe, bei ihrer jeweiligen Heimatbörse kaufen. Und hier könnt ihr euch einfach mal kurz angucken, da haben wir diverse, ähm, Tiers, je nach Börse, je nach Betrag und Co. Ich habe da einfach eine Daumen-Malpire-Regel, ihr habt es vorhin schon so ein bisschen rausgehört. Ich möchte maximal 1,5% an Ordergebühr pro Order zahlen. Das heißt, wenn ich 1000 Franken investiere, möchte ich maximal 15 Franken an Ordergebühr zahlen. Und bei Swisscode, wenn man sich das mal so ein bisschen grob über einen Daumen ausrechnet, ist es so, dass man profitabel in diesem Kontext ab 1500 pro Einzelkauf bei Aktien pro Order investieren sollte, damit man auf ungefähr diese 1,5% kommt. Und bei ETFs sind es ungefähr um die 700 Franken pro Order. Das ist natürlich abhängig davon, welche ETFs man kauft, welche Aktien an welcher Börse man kauft. Das ist einfach meine Daumen-Malpire-Regel. Das kann natürlich im Einzelnen ein bisschen unterschiedlich sein, aber an das halte ich mich persönlich schon über die letzten 5 Jahre ungefähr schon. Und das hat bisher echt gut geklappt. So, jetzt vielleicht auch noch interessant für viele von euch, wenn ihr zum Beispiel bestimmte ETFs kauft. Und das ist jetzt zum Beispiel der Vanguard Futsi All World. Wir gehen gerne mal hier kurz runter nochmal. Hier habe ich den Vanguard Futsi All World. Hier habe ich jetzt 635 Anteil. Wir haben ja vorhin diesen Kauforder gemacht. Ich zeige euch nochmal dieses Fenster. Das ist jetzt ein Vanguard Futsi All World. Der wird jetzt an der SIX, an der Schweizer Börse gehandelt. Und hier ist nochmal speziell, es gibt bei Swissquote sogenannte ETF Leaders Liste. Hier ist jetzt der Vanguard Futsi All World auch drin und viele weitere ETFs auch. Wenn ihr solche Leader ETFs handelt und das dann auch über die SIX, dann zahlt ihr so eine genannte Flat Fee von 9 Franken pro Order. Hier muss man einfach sagen, das ist exklusiv entsprechende Finanztransaktionsgebühr, die wir ja hier in der Schweiz haben. Das ist diese sogenannte Stempelabgabe. Das heißt, die gehört immer noch on top dazu. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich auch sehr gerne den Vanguard Futsi All World sozusagen bespare, da ich den relativ kostengünstig hier bei Swissquote auch in größeren Mengen investieren kann. Aber die ganzen relevanten Links, wenn ihr da nochmal detailliert das alles angucken wollt, könnt ihr alles auf dem Blogbeitrag, wie schon erwähnt in der Videobeschreibung, nochmal genauer nachgucken. Außerdem auch super, 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 super wichtig, wenn wir uns das anschauen, die Steuerdokumente, die ihr jährlich für eure Steuererklärung hier in der Schweiz braucht, könnt ihr auch relativ easy euch ziehen. Die kosten einfach 100 Franken pro Jahr. Das finde ich ist angemessen, kann man machen und man kann es natürlich auch ohne diese Steuerdokumente machen, denn man kann einfach alles selber zusammentragen. Die PDFs, die man so jährlich zusammenbekommt, das ist einfach nochmal eine einfache Übersicht, wo man sich einfach die Zeit spart, alles selber nochmal zusammenzusuchen und auch hier relativ einfach über mein Konto, Dokumente und dann einfach Auszug bestellen und dann kann man sich für das jeweilige Steuerjahr das Ganze bestellen. Wichtig zu wissen ist einfach, wenn ich zum Beispiel das Steuerrad 2022 bestellen möchte, geht das in der Regel erst ungefähr Ende erstes Quartal 2023, Anfang zweites Quartal 2023. Bisschen unterschiedlich, aber in der Regel kann man es dann ab Februar, März, April dann mehr oder weniger bekommen. Also bestellen kann man schon vorher, aber bekommen tut man es dann halt eben erst Ende Q1, Anfang Q2 in der Regel. Und das geht halt per Lieferung per Mailbox, so mache ich es immer, dann bekomme ich das PDF oder halt per Lieferung per Post. Das geht natürlich auch. Das ist beides möglich für die, die vielleicht jetzt noch etwas analog unterwegs sind. Und jetzt kommen wir zum richtig, richtig spannenden Teil, denn auch Swissquote als Bank und Broker hat die ein oder anderen Naturalien und das finde ich natürlich super spannend. Zum einen gibt es die Swissquote Lounge in Zürich, Bern und Glan. Richtig, richtig coole Angelegenheit. Ich bin da auch regelmäßig dort, habe da auch schon regelmäßig Community-Treffen mit dem Finanzrudel organisiert. Auch richtig, richtig cool in Kooperation mit Swissquote, wo dann auch mehr als 100 Leute zusammenkommen, diskutieren über Finanzen, Investments, Aktien, Immobilien und so weiter. Also richtig, richtig eine coole Angelegenheit. Und da kann man tatsächlich einfach als Swissquote-Kunde auch reingehen in die Swissquote Lounge und dort einen Kaffee trinken, das aktuellste Magazin lesen. Also es ist halt direkt am Zürich Hauptbahnhof zum Beispiel. Jetzt in meinem Fall, ich gehe halt immer in Zürich in die Swissquote Lounge. Richtig, richtig coole Location, wo man dann halt auch einfach ein bisschen die Zeit verplempern kann, wenn man gerade auf jemanden wartet und das halt gemütlich, auf gemütlicher Basis auf einem Sofa machen kann, in einem Sessel, whatever. Finde ich richtig, richtig cool. Da trifft man auch echt immer wieder mal coole Leute und coole Gespräche, weil halt da eher Leute tendenziell reingehen, die eben Kunden sind und sich mit dem Thema Investments beschäftigen. Habt auch den einen oder anderen Millionär auch schon getroffen und das eine oder andere Wörtchen mit ihnen gesprochen. Also richtig, richtig cool. Dann auch, und das ist auch wieder richtig, richtig spannend, seit einem Jahr gibt es die sogenannte Swissquote Insider Bar. Die ist direkt neben der Swissquote Lounge. Für die, die eben auch schon bei Community-Treffen dabei gewesen sind, kennen sich da auch schon ein bisschen aus. Richtig, richtig cool. Da kann man auch Getränke natürlich und alkoholische Getränke trinken, aber die muss man dann allerdings dann doch selber bezahlen. Das sind dann wirklich schon auch stärkere alkoholische Getränke, wie es der Name jetzt schon andeuten würde. Swissquote Insider Bar. Dann noch eine weitere Naturalie und das ist wieder so ein Punkt, da bin ich mir manchmal gar nicht sicher, wie das funktioniert. Und zwar geht es um das Swissquote Magazin, das alle zwei Monate rauskommt. Das heißt, wir haben dieses Magazin sechs Mal im Jahr und ich bekomme das jetzt schon seit jetzt, ja, fünf Jahren ungefähr. Und es ist eines der wenigen physischen Magazine, das ich wirklich sehr gerne lese. Das ist wirklich sehr, sehr schön aufbereitet, wirklich sehr schön gemacht. Normalerweise kauft man das in Kiosk für 9 Franken und das ist tatsächlich auch in vielen Kiosk ausgelegt. Hab das jetzt schon sehr oft gesehen, auch in Zürich. Und das ist wirklich ein sehr spannendes Magazin, was man als Kunde bekommt. Nur die Frage ist, die ich mir manchmal stelle, ab welchem Depotbetrag bekommt man das geschenkt. Das scheint so ein bisschen willkürlich zu sein, habe ich so festgestellt. Ich kenne viele, die es bekommen. Meine Mutter bekommt es übrigens auch. Und ich habe das direkt von Anfang an bekommen. Ich bin damals mit 80.000 Franken, also mit einem 80.000-Franken-Depot da direkt hingewechselt. Früher gab es da mal sowas mit, ja, man muss mindestens 10.000, 20.000 im Depot haben, aber es ist ein bisschen willkürlich. Ich kann da einfach nur sagen, checkt das vielleicht auch, wenn ihr direkt das Depot aufmacht und einen größeren Betrag da einzahlt. Vielleicht auch direkt mit dem SwissCode-Support aus, dass ihr das allenfalls dann direkt klären könnt, dass da auch kein Missverständnis gibt. Aber in meinen Augen echt ein richtig cooles Magazin. Da habe ich auch schon einige Videoideen rausgeholt, wo ich dann, oder wo halt tatsächlich ein Video dazu geführt hat. Und ja, dann vielleicht auch nochmal für alle, die schon länger bei SwissCode vielleicht sind und sich trotzdem dieses Video angeguckt haben. Ach, es wird neue Features geben, kommende Features. Ich darf schon darüber berichten. Ich finde es einfach nur unglaublich. Kommende Feature. Die App wird ebenfalls geupdatet, damit es auch wirklich nochmal moderner ausschaut, einfacher fürs Handling ist. Jemand hat mir auch gezwitschert, es wird Sparpläne und Recurring Investments geben, was wiederum bedeutet, dass Fractional Shares auch ein Thema sein sollten bei SwissCode. Also ihr seht, da passiert gerade echt viel. Und wenn ich mir halt so die Schweizer Bankenlandschaft angucke, ist SwissCode echt vorne mit dabei. Alleine schon, dass man halt Kryptos handeln kann und das schon seit jetzt bald sechs Jahren, ist einfach für mich auch mindblowing. Es ist eine Schweizer Bank, ja. Ich kenne keine andere Schweizer Bank, jetzt neben You, die auch Kryptos anbietet. You ist aber halt natürlich auch, muss man fairerweise sagen, in Kooperation mit SwissCode und der PostFinanz entstanden. Darum hier an dieser Stelle wirklich nochmal großen Respekt. Ich bin allgemein, jetzt wenn wir zum Fazit kommen, sehr zufrieden, das Komplettpaket eben mit allen Naturalien, sei es das Magazin, die SwissCode Lounge, aber auch eben der Support für mich auch sehr wichtig in meiner Muttersprache, in Schweizer, Deutsch, Deutsch, respektive natürlich auch Französisch und Co. Wenn ihr halt natürlich auch andere Sprachen als Muttersprache habt, ist natürlich ein Schweizer Unternehmen, die dann auch entsprechend die Schweizer Nationalsprachen supportet. Darum das finde ich einfach nur genial. Außerdem natürlich Einlagesicherung von 100.000 Schweizer Franken. Es ist eine normale Schweizer Bank, die FINMA reguliert ist. Auch nochmal ein großer Bonuspunkt. Und das ist auch wiederum so wirklich das Wichtigste schlechthin. Für mich ist es natürlich, ich möchte ein großes Vermögen aufbauen. Ich habe mittlerweile 400.000 Franken fast im SwissCode Portfolio und das soll natürlich über die Jahre auch immer mehr und mehr werden. Und ich will da nicht immer nur das Günstigste und dann habe ich Probleme mit dem Support. Und was ist, wenn ich mal eine Million im Portfolio habe, im Aktiendepot und habe da Probleme? Das gefällt mir einfach nicht, sondern das soll einfach wie geschmiert laufen. Und wenn was ist, möchte ich eine Ansprechperson haben können, mit der ich dann auch tatsächlich Deutsch oder Schweizerdeutsch vor allem sprechen kann und dann das Problem möglichst schnell lösen kann für mich, weil da geht es halt für mich um viel Geld. Und wenn es da Probleme gibt, das gefällt mir gar nicht. Sei das jetzt auch vielleicht irgendwie Handelsstopp mit bestimmten Aktien, ja, wie jetzt zum Beispiel auch in Vergangenheit, AMC oder GameStop. Das hat mich alles nicht betroffen. Ich konnte über die ganze Zeit eigentlich diese, ich sage jetzt mal, Meme-Stocks auch handeln, wenn ich das hätte wollen würden. Das ist für mich auch ein absolutes No-Go, wenn irgendwelche anderen Broker zum Beispiel den Handel oder den Verkauf oder den Kauf stoppen, fand ich dann schon sehr heikel. Darum bin ich dann doch lieber bei Swissquote, einer Schweizer Bank, die halt dann eben mehr oder weniger für den Kunden schaut, hey, dass er dann doch eben alles handeln kann, egal wie, wo, was gerade auf der Welt so passiert. So, eben wie schon gesagt, um nochmal transparent zu erwähnen, handelt sich das Ganze natürlich um eine Kooperation. Ihr könnt gerne den Code MKT Sparkoyote verwenden. Ich blende euch das gerne hier rein. Ihr könnt über den Link sparkoyote.ca slash Swissquote euch ein Depot eröffnen. Wenn ihr diesen Code verwendet, erhaltet ihr 1000 Franken Trading Credit oder sobald ihr 1000 Franken auf euer Swissquote Konto einzahlt, das entspricht ungefähr 4 bis 15 Trades oder Gebühren für die Trades, wenn ihr das tatsächlich dann verwendet, je nachdem, was für Aktien oder ETFs ihr kauft. Wichtig zu erwähnen, hier diese Trading Credits mehr oder weniger bezahlen einfach nur die Gebühren und die Finanztransaktionssteuer, also die Stempelabgabe sind hier nicht inklusive, die müsst ihr trotzdem bei den Ordern zahlen, um da auch nochmal Klartext zu reden, dass da nicht irgendwie Missverständnisse passieren und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wenn euch Fragen einfallen und Co, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt auch gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare mit rein, würde ich mich riesig freuen. Und ansonsten würde ich einfach mal noch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den bisherigen Support über die letzten Jahre. Es macht mir unglaublich Freude, meine Erfahrungen mit euch transparent hier teilen zu dürfen und wenn ihr weitere Depot-Updates sehen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und ihr werdet hoffentlich vieles lernen können, euer Depot aufbauen können und ich würde einfach an dieser Stelle sagen, stay healthy, get wealthy. Auf Wiedersehen.